Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Lesung. Heute aus dem Buch Unerschöpfliche Quellen der Freude. Kapitel 2 handelt vom Weg und sich auf den Weg machen. Auf den spirituellen Weg natürlich. Was dieser Entschluss, sich auf den spirituellen Weg zu machen, mit sich bringt für Prüfungen und wie man diesen Prüfungen am besten begegnet, das erfahrt ihr jetzt. Und wer noch bis zum Schluss dran bleibt, kriegt noch eine kleine türkische Anekdote mit auf den Weg. Also viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Unerschöpfliche Quellen der Freude. Omram Mikhail Ivanov. Reihe Isfor Band 242. Kapitel 2 Sich auf den Weg machen. Von allem, was wir besitzen, von allen Wesen, mit denen wir verbunden sind, gehört uns nichts wirklich auf Dauer. Das Geld, das Haus, die Lebenssituation, die Gesundheit, die Freunde oder die Familie können jederzeit auf dem Spiel stehen. Sobald wir sie verlieren, sind wir gezwungen, uns an alle Kräfte in uns zu wenden, die uns helfen, diesen Verlust zu ertragen. Wo findet man diese Kräfte? Im Licht, in der selbstlosen Liebe, der Demut dem Opfer. Die Menschen warten, bis sie im Elend, in Krankheit oder im Unglück sind, um eine innere Richtung, eine geistige Orientierung zu suchen. Wenn alles gut geht, ist es schwierig, sie zu überzeugen, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren sollten, um am Prüfungstag bereit zu sein. Denn die Prüfungen werden kommen, das ist sicher. Niemand wird verschont. Und wenn man schon gut gewappnet ist, wird man sie nicht nur bestehen, sondern aus ihnen sogar gestärkt hervorgehen. Macht jetzt nicht den Fehler zu glauben, dass die spirituellen Praktiken euch vor allem übel bewahren werden. Es ist vorzuziehen, auf dem guten Weg zu sein, aber auf dem guten Weg zu sein, bedeutet nicht, dass man am Ziel angekommen ist. Doch ist es wahr, dass einige leiden, in dem Maße, wie ihr euch reinigt und in Harmonie mit der Welt des Lichts lebt, verschwinden. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass die Folgen der in diesem oder in vorherigen Leben begangenen Übertretungen mit einem Mal ausgelöscht werden. Seid also nicht überrascht, wenn, trotz der neuen Orientierung, die ihr angenommen habt, euch bestimmte Leiden nicht verlassen. Zur Vereinfachung kann man sagen, dass unsere guten Taten sich in einem Speicher sammeln und unsere schlechten Taten in einem anderen. Und dieses Gute und dieses Schlechte holen uns notwendigerweise eines Tages ein. Wir gehen also durch verschiedene Ereignisse, durch psychische und physische Zustände, welche die mehr oder weniger weit entfernten Konsequenzen unseres vergangenen Verhaltens sind. Sobald ihr euch entschließt, das spirituelle Leben anzunehmen, provoziert ihr eine innere Änderung. Äußerlich geht eure Existenz weiter wie bisher mit einer bestimmten familiären, sozialen und beruflichen Umgebung sowie bestimmten Problemen, die bestehen bleiben. Und ihr habt auch einen physischen Körper in mehr oder weniger guter Gesundheit. Nehmen wir gerade die Gesundheit als Beispiel. Es gibt körperliche Schwächen, die eine bessere Lebensweise unterstützt von einer besseren Philosophie schnell besiegen kann. Doch es gibt auch unheilbare Krankheiten, denn sie haben ihre Ursache in der entfernten Vergangenheit und sind deshalb tief in euren Organismus eingegraben. Das neue Leben, für das ihr euch entschieden habt, wird euch nur Methoden geben, um euren mangelhaften körperlichen Zustand besser zu ertragen und die Keime einer zukünftigen Verbesserung in euch hineinzutragen. Für die tägliche Lebensführung ist es wichtig, die Bedeutung des physischen Schmerzes zu verstehen. Er warnt uns, dass wir uns vom richtigen Weg entfernt haben. Wenn wir nicht leiden, rennen wir direkt ins Grab. Nichts ist gefährlicher als eine Krankheit, die sich im Organismus niederlässt, ohne das geringste Alarmsignal zu geben. Denn oft sind die verursachten Schäden am Tag, an dem Schmerzen auftreten und uns warnen, nicht mehr zu beheben. Deshalb beginnt euch zu fragen, was der Grund ist, sobald ihr einen Schmerz verspürt. Sucht, was ihr an Unvorsicht, Nachlässigkeit usw. begangen habt. Wenn ihr nicht auf die Warnungen hört, wird das Übel, das ihr in euch eintreten lasst, immer schwieriger zu bekämpfen sein. Wenn ihr unter einer sehr schweren Krankheit leidet, werden euch spirituelle Praktiken vielleicht nicht gesund machen. Der Glaube und die Liebe sind natürlich Kräfte, die fähig sind, sogenannte unheilbare Krankheiten zu heilen. Aber das passiert nur in Ausnahmefällen. Nur sehr wenige Personen haben einen solchen Glauben an Gott und eine solche Liebe zu ihm, dass diese fähig sind, Wunder zu verbringen. Wer sich damit zufrieden gibt, ein ordentliches Leben zu leben, hat nur die Macht, die besten Bedingungen für die Zukunft vorzubereiten. Die Gegenwart erntet die Früchte einer unzulänglichen Vergangenheit. Aber diese Gegenwart sät, wenn sie im Licht gelebt wird, die Samen für eine zukünftige Inkarnation. Das Leben des Schülers besteht also aus einer Mischung aus Leiden und Freuden. Denn während er für seine vergangenen Überschreitungen bezahlt, weiß er, dass er seine Zukunft erschafft. Diejenigen, die den spirituellen Weg in der Hoffnung einschlagen, dass sie so vor allen Prüfungen geschützt seien, dürfen sich keine Illusionen machen. Das spirituelle Leben ist kein Falschen mit dem Herrn. Sie sollen sich nicht einbilden, dass der ganze Himmel ihnen zur Hilfe eilt, vor lauter Entzücken, dass sie Mitglieder einer Kirche, der universellen Weißen Bruderschaft oder irgendeiner anderen spirituellen Bewegung geworden sind. Genau wie jeder Materialist werden sie allen Schwierigkeiten des Lebens begegnen müssen. Aber sie müssen trotz allem weitergehen, denn sie wissen, dass diese Schwierigkeiten sie reinigen und stärken werden, weil sie gelernt haben, sie auf eine bessere Weise zu betrachten. Eine spirituelle Lehre anzunehmen, das bedeutet nicht, dass der Arme reich, der Unwissende wissend, der Kranke gesund, der Schwache stark und der Verachtete und Verkannte geehrt und gerühmt wird. Nehmt das zur Kenntnis. Es kann sogar sein, dass ihr euch noch ärmer, unwissender, schwächer und dunkler fühlt als vorher. Einige unter euch, denen das sehr klar geworden ist, sagen mir, dass sie nicht verstehen, was mit ihnen geschieht. Was soll ich ihnen antworten? Ganz einfach, dass dies das neue Leben ist, das in ihnen zu kreisen beginnt. Ja, denn dieses neue, intensivere Leben verfeinert zunächst die Wahrnehmung gegenüber eurem inneren Wesen und es ist normal, dass ihr zu Anfang mit dem, was ihr dort entdeckt, nicht so glücklich seid. Aber euer Verständnis wächst auch, worüber ihr euch freuen müsst. Ihr werdet sagen, aber ich befreie mich nicht, ich stärke mich nicht. Was wisst ihr davon? Vorher, als ihr euch nicht bewegt habt, hattet ihr keine richtige Wahrnehmung eurer Fähigkeiten und ihr konntet euch einbilden, mächtig und frei zu sein. Jetzt, da ihr euch entschlossen habt zu arbeiten, seid ihr angesichts eurer bescheidenen ersten Ereignisse gezwungen, eure Grenzen zu erkennen. Dies ist kein Grund, entmutigt zu sein und mit der Arbeit aufzuhören. Nach und nach werdet ihr Kräfte gewinnen und euren Bereich erweitern. Doch man muss damit beginnen, sich so zu sehen, wie man ist. Ihr habt sicher Gullivers Reisen von Swift gelesen. Nachdem Gullivers Schiffbruch erlitten hatte, erwachte er eines Morgens an einem unbekannten Strand. Als er aufstehen wollte, wurde ihm klar, dass er gefesselt war. Während seines Schlafes haben die winzigen Einwohner dieses Landes, die Lilliputaner, ihn mit hunderten von kleinen Stricken an den Boden gebunden. Übertragt dieses Abenteuer auf die spirituelle Ebene. Da ihr noch nie versucht habt, euch zu bewegen oder aufzustehen, wisst ihr nicht, dass ihr gefesselt seid. Doch sobald ihr versucht, euch wieder aufzurichten, um euch auf den Weg zu machen, fühlt ihr euch schwach und gelähmt. Der Hund, das Pferd und die Ziege fühlen nicht, dass sie an einem Pfahl befestigt sind, außer wenn sie frei herumlaufen wollen. Und für den Menschen sind diese Bedingungen und Bindungen und alle dunklen Neigungen, die ihn in den niederen Ebenen des Bewusstseins festhalten. Wer auf einem Stuhl sitzen bleibt, kann sich einbilden, zu allen möglichen Leistungen fähig zu sein. In dem Moment, wo er aufsteht, erkennt er den wahren Zustand seiner Kräfte. Dann ist er gezwungen, gewisse Illusionen zu verlieren. Später, in seiner Enttäuschung, glaubt er sich dann schwächer, als er ist. Nein, im Gegenteil, diese Erkenntnis ist der Beginn seiner Kraft. Die Schwierigkeiten, die ihm beim Versuch, sich von seinem alten Zustand zu entfernen, widerfahren, sind der Beweis, dass er versucht, sich zu bewegen und dass er sich anstrengt. Er leidet, weil er endlich beginnt, eine neue Welt zu spüren, zu erleben und seine Schritte in diese Richtung zu lenken. Nehmen wir das Beispiel von jemandem, der es seit Jahren gewohnt ist, zu rauchen. Er zündet eine Zigarette an und ist zufrieden und entspannt, so als ob das Rauchen zu seinem Wohlbefinden beitragen würde, obwohl er in Wirklichkeit dabei ist, seine Gesundheit zu zerstören. Eines Tages versteht er schließlich, dass es vernünftig wäre, damit aufzuhören. Doch dann beginnen alle Zellen seines Organismus, die er an dem Rauch gewöhnt hat, zu revoltieren, zu protestieren, Bittschriften zu unterschreiben und sie bestürmen ihn, bis er kapituliert. Wer hat nicht von den unendlichen Kämpfen gehört, die der Raucher oder Alkoholiker durchstehen muss, um sich von seinen unheilvollen Gewohnheiten zu befreien? Warum dieser Kampf? Weil die Gewohnheiten Bindungen sind, die man mit den lebendigen Geschöpfen, die unsere Zellen sind, geschaffen hat. Und diese Bindungen zu durchtrennen, ist sehr schwer. Die Zellen widersetzen sich. Der Entschluss, das Leben zu ändern, ist ein heldenhaftes Unternehmen. Tabak, Alkohol und Drogen sind Beispiele, die alle leicht verstehen. Aber das Gleiche gilt für all die schlechten Angewohnheiten und Neigungen. Die Mängel, Laster und auch die Krankheiten sind Wesenheiten, die sich in uns niedergelassen haben und einen Eigenwillen besitzen, was ihre Widerstandsfähigkeit erklärt. Genau das enthüllen auch einige Kapitel in den Evangelien, die berichten, wie Jesus die Dämonen austrieb. Weil er die finsteren Wesenheiten aus ihren Körpern vertrieb, fanden die Verrückten ihren Verstand wieder, die Stummen die Stimme und die Gelähmten den Gebrauch ihrer Glieder. Doch diese Wesenheiten akzeptieren ihre Niederlage nicht so leicht. Sie tun, was sie können, um wieder die Oberhand zu gewinnen. Und Jesus erklärte, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach Ärger als zuvor. Unsere Schwächen, genau wie auch unsere Tugenden, sind lebendige Wesenheiten, die uns als ihr Haus ausgewählt haben. In dem Maße, wie wir uns anstrengen, uns zu bessern, müssen die finsteren Wesenheiten uns verlassen, denn unsere innere Atmosphäre wird für sie unerträglich. Diese Reinheit und dieses Licht und dessen Einkehren wir uns bemühen, vertragen sie nicht und sie ergreifen die Flucht. Sind sie einmal draußen, suchen sie eine neue Bleibe, indem sie in andere Personen eindringen und durch diese anderen Personen versuchen sie dann, uns zu schaden. Doch die dadurch entstehenden Nachteile sind kleiner als die zu jener Zeit, wo sie noch unser Haus bewohnten. Und da wir diese Feinde im Inneren besiegt haben, sind wir stärker, um sie außen zu besiegen. Wird es uns schließlich gelingen, von ihnen endgültig frei zu sein? Nein, solange man auf der Erde ist, begegnet man Schwierigkeiten und Gegnern. Warum haben so viele bemerkenswerte Menschen schreckliche Feindschaften hervorgerufen, genau weil sie dunklen Kräften, die sie aus ihrer inneren Welt vertrieben hatten, sie durch andere Personen, die sich von ihren Qualitäten, ihrer Tugenden und ihrer Charakterstärke gestört fühlten, erneut angriffen. Die Menschen, die ein gewöhnliches Leben führen und niemanden stören, mit denen ist alle Welt zufrieden. Sobald sie beschließen, einige schlechte Angewohnheiten abzulegen, beginnen diese vertriebenen Feinde, sie von außen anzugreifen. Doch auch wenn es nicht leicht ist, ihnen gegenüber zu treten, so sind die äußeren Feinde weniger gefährlich als die inneren. Also wie soll man sich jetzt gegenüber diesen äußeren Gegnern verhalten? Mit Liebe, Sanftheit und Geduld. Ja, für die inneren Feinde braucht es Entschlossenheit, Autorität, Strenge, aber nicht für die äußeren Feinde. Da ist es nicht die richtige Methode. Unglücklicherweise machen die Menschen meistens das Gegenteil. Sie zeigen Geduld und Nachsicht gegenüber ihren inneren Feinden und eine extreme Strenge gegenüber ihren äußeren Feinden. Warum also sollte man sich wundern, wenn sie sich weiter mit unlösbaren Schwierigkeiten herumschlagen? Ich werde euch jetzt eine türkische Geschichte erzählen. Bulgarien hat bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts unter türkischer Herrschaft gelebt, weshalb damals natürlich viele wirkliche oder ausgedachte Anekdoten umherkreisten, deren Helden Türken waren. Also eines Tages machte ein Kämpfer von imposanter Größe einen Spaziergang in einer kleinen Straße Istanbuls. Er war in der ganzen Stadt für seine Heldentaten bekannt und er ging stolz durch die Menge. Im Vorübergehen stieß er einen anderen Mann an, der vor ihm ging und entrüstet aufschrie. Bist du blind? Hast du nicht gesehen, dass jemand vor dir geht? Wie wagst du es, einen so ehrenwerten Mann wie mich anzurempeln? Der Kämpfer drehte sich um und gab als Antwort nur einen Schlag, der ihn zu Boden warf. Dann setzte er ruhig seinen Weg fort. Etwas später überholte er einen anderen Mann, den er in gleicher Weise anrempelte. Doch dieser sah ihn ohne Wut an und sagte zu ihm, ich bin sehr froh, dich anzutreffen. Es ist mir eine große Ehre, von einem Champion wie dir angestoßen zu werden. Daraufhin zog der Kämpfer aus seiner Tasche einen Beutel voller Geld und sagte zu ihm, hier, das ist für dich. Ich belohne die Weisen, die anderen werfe ich zu Boden. Ist diese Geschichte wahr oder nicht? Ganz gleich, sie ist vom symbolischen Standpunkt her interessant zu interpretieren. Auf dem Lebensweg werden wir oft von schwierigen Ereignissen und Situationen angestoßen, aber es nutzt nichts, zu protestieren und sich zu entrüsten, indem man sagt, wie, so etwas tut man mir an? Denn dies ist die beste Art, um Weiterschläge zu empfangen und niedergeworfen zu werden. Im Gegenteil, derjenige, der erkennt, dass es ein Segen ist, gestoßen zu werden, gewinnt immer etwas. Er gewinnt Erfahrung, er stärkt sich und er bereichert sich. In gewisser Weise kann man die Reaktionen der beiden Passanten als Ausdrucksformen unserer beiden Naturen betrachten. Der niederen, empfindlichen, rachsüchtigen Natur und der höheren Natur, die in jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit zur Vervollkommnung sieht. Wenn ihr euch in einer schwierigen oder demütigenden Situation wiederfindet, erinnert euch an diese beiden Türken, die von einem Kämpfer in einer Straße Istanbuls angestoßen wurden. Der erste hat zwei Niederlagen erlitten, er konnte dem Befehl seiner niederen Natur nicht widerstehen, die ihn zum Protestieren drängte und außerdem wurde er niedergeworfen. Der zweite hat zwei Siege errungen. Er hat dem Ratschlag seiner höheren Natur gelauscht und außerdem einen vollen Geldbeutel erhalten. Also dann, ihr Lieben, bleibt auf eurem Weg und sucht euch Weggefährten. Auf dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Meri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.